die aufnahme komplett in die tonne kloppen jetzt ist der mikrofon wieder da 20 minuten video material weg wir müssen diesen scheiß diver bauen aber gut geht mal wieder zu technischen problemen da wo wir gerade auf jeden fall waren wir legen nicht noch mal hin wenn wir jetzt hier anfangen weitere fragmente zu suchen von dem kleinen mini u-boot muss gerade nur überlegen ich glaube ich habe alles auf der anderen seite gefunden oder sich einmal tatsächlich rüber schwimmen muss hinter das ding und dann mit diesem tollen diver fahren darf wenn ich mir dann so ein ding mal gebaut habe da lang müssen wir und irgendwie ist mein messer auch nicht angezeigt muss ich gerade nur kurz überlegen die fragmente waren hier unten waren glaube ich die beiden fragmente genau hier waren die beiden fragmenten von dem fragmente von dem u-boot teil genau hier vorne war ja noch irgendwas abgestürztes dann tauchen wir erstmal wieder aufholen luft und fahren dann müsste da hinten müsste das glaube ich sein ich weiß nicht was es ist es dreht sich auf jeden fall schon wieder in gebieten eigentlich gar nicht rein würde eigentlich gar nicht rein würde machen mir so angst ne da ist er den meine ich den habe ich eigentlich nicht so bock oder dann wieder ab zu unserem ding aber wir jetzt so ein diver ding bauen kann mit dem kommen wir dann wesentlich schneller durch die gegend pesen mal gleich gucken ob wir medikett haben 30 minuten kraftet sich das ja eins von alleine kann ich jetzt das raumschiffchen bauen das mal batterien okay warte mal titan energie glas 2 blei und schmieröl ich brauche eine energie pelle das ding hier also zwei batterien ich habe theoretisch alles was ich brauche habe ich so ich brauche hier wollen wird im thema alles was ich brauche habe ich jetzt mal batterie einmal so eine batterie was brauchen wir noch zwei glas und titan ich habe ein glas wo ich kann zwei glas herstellen und titan ich weiß ehrlich gesagt nicht wie viel ich davon brauche aber glas kann ich gerade herstellen perfekt dann haben wir jetzt gleich unseren diver aber das ding kann man das ding jetzt bauen möchte mobile fahrzeuge ja aber wie baue ich das so der herstellen ach come on ihr wollt mich doch gerade verarschen oder alles was unter wasser schneller ist versucht sie wahrscheinlich zu pressen ist auch geil okay ich muss also eine mobile fahrzeuge also bringt mir nett gesagt die seemotte noch okay wenn es gleich hell ist schwimmen wir dann gleich dahin aber leider gottes die seemotte können wir ja auch noch nicht bauen ne bestandteile fehlen wie viele bestandteile fehlen denn noch 1 auf meine batterie alle ja perfekt auch jetzt gefunden irgendwas gefunden er sagt aber nicht was abfalleimer jetzt haben wir 0 kabel kann ich nicht scannen die anderen kisten auch zufällig offen hier wurde merkiger jetzt dass die sache die kisten noch offen sind ich hätte die ganze zeit dieses scheiß ding schon zwei drei mal scannen können ne schwirig 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 bauen wir uns jetzt gerade noch den driver nicht ein Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. so meine freunde ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wenn es wieder heißt chaotischen quatsch und ich habe keine ahnung was ich mache bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen abend rhein und tschüss